Du kennst das sicher. Diese Tage, an denen man im Bett liegt, von Kanal zu Kanal zappt und sich einfach nur berieseln lässt. Auf dem Schreibtisch türmen sich bereits die ersten Aufgaben auf, welche dank Instagram, YouTube und Co. gekonnt ignoriert werden. Du scrollst durch die einzelnen Social Media Plattformen, schaust dir an, wie andere einen Tag verbringen, welche Influencer-Pärchen sich jetzt schon wieder getrennt haben und wer was dazu sagen hat. Oder du schaust Videos von Dingen an, die mit deinem eigentlichen Leben gar nichts zu tun haben. Oder du schaust fern, auch wenn nichts Gescheites läuft. Und am Ende des Tages kickt dann das schlechte Gewissen ein, wenn du mal darüber nachdenkst, was du heute eigentlich so gemacht hast. Tja, nicht viel. Dann fängst du an, dich schlecht zu fühlen. Eigentlich hatte ich ja noch so viel zu tun. Eigentlich wollte ich ja lernen. Aber der Grund, warum du dich schlecht fühlst, ist nicht die Tatsache, dass du heute nichts gemacht hast. Nein, der Grund ist, dass du wieder einmal deine Ziele vernachlässigt hast. Du warst deinen eigentlichen Zielen gegenüber nicht loyal. Und das fühlt sich mies an. Damit beginnt dann die Spirale. Durch das miese Gefühl hast du noch weniger Lust, dich aufzuraffen. Irgendwann identifizierst du dich mit diesem Problem. Sagst dir, ich kann mich einfach nicht motivieren. Ich bin einfach eine Person, die nicht motiviert ist. Und machst eigentlich nur noch das Nötigste, um irgendwie durchzukommen. Tja, und ich sag dir jetzt mal was. Wenn du diese Spirale verlassen möchtest, musst du dich einmal aufraffen. Du hast dir vielleicht eine einfachere Lösung von mir erwartet. Irgendeinen Tipp oder einen Weg, wie es einfacher geht oder schneller geht. Aber den gibt es nicht. Du musst dich einmal aufraffen, deinen Schreib zu schätzen und anfangen, deinen Berg abzuarbeiten. Und das Aufraffen ist manchmal schwer. Ja, aber es lohnt sich. Denn ich verspreche dir, wenn du dich einmal fünf Minuten hingesetzt hast, wird es einfacher. Weil du einmal deinen inneren Schweinehund überwunden hast. Weil du dir einmal selber bewiesen hast, dass du das kannst. Dass du kein Mensch bist, der von Natur aus einfach unmotiviert ist, prokrastiniert. Sondern einfach nur ein Mensch, der sich selbst diese Rolle viel zu sehr eingeredet hat. Du kannst das. Jeder kann das. Und je öfter du dich einmal überwindest, desto leichter wird es dir fallen, es auch beim nächsten Mal zu tun. Du wirst lernen, länger dran zu bleiben. Länger durchzuhalten. Warum? Weil die kleinen Erfolgserlebnisse dich anfeuern, weiterzumachen. Sei es die ersten besseren Noten, die du dadurch erzielst. Das erste Feedback, das du bekommst. Oder auch nur das erste Mal, dass du das Gefühl hast, etwas wirklich zu verstehen. Das sind die Momente, die dich weitermachen lassen. Aber zu diesen Momenten musst du erstmal kommen. Also setz dich hin und fang an. Am besten gleich sofort. Und wo wir schon einmal dabei sind. Hör auf zu denken, dass du für andere lernst. Andere interessieren sich nicht für deine Leistung. Deine Lehrer korrigierten in der Schule deine Klausuren, bevor sie zur nächsten übergingen. In der Uni können sich deine Profs nicht mehr an deinen Namen erinnern. Ob du nun also gut abschneidest oder versagst, macht für sie am Ende des Tages keinen Unterschied. Für dich tut es das aber schon. Du musst es also für dich tun. Erinnere dich an deine Ziele und Visionen für die Zukunft. Warum hast du überhaupt angefangen zu studieren? Oder was willst du später mal studieren? Dieser Grund geht uns im Alltag zwischen Deadlines für Abgaben, Terminen und Klausuren schnell abhanden. Aber es gibt doch diesen einen Grund, der uns ursprünglich dazu bewogen hat, uns genau für dieses Studium zu entscheiden. Dieser Grund, der für unsere Freude verantwortlich war, als wir endlich unser Zulassungsangebot bekommen haben. Dieser Grund, der uns so aufgeregt gemacht hat in unserer ersten Woche, als wir noch voller Vorfreude waren auf all das, was nun folgen würde. Die Vorfreude wurde schnell gedämpft, weil wir gemerkt haben, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Aber dieser Grund ist doch noch da. Schulden wir uns uns nicht eigentlich selber, etwas Arbeit in das Ganze zu stecken? Unserem früheren Ich, das all das wollte, und unserem späteren Ich, dem alle Türen offen stehen? Zumindest, wenn wir sie jetzt öffnen. Denk immer daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir die Chance bekommen, alles aus unserem Leben zu machen, was wir uns wünschen. Die einzigen Grenzen existieren in unserem Kopf. Und denk auch immer daran, dass es unser Privileg ist, überhaupt studieren zu können, lernen zu können, und zwar all das, nachdem uns ist. Denk darüber vielleicht das nächste Mal nach, wenn du dich wieder nicht aufraffen kannst. Zumindest, wenn du dich wieder nicht aufraffen kannst. Untertitelung des ZDF, 2020